Die Spenglerei Thomas Kroppig macht ihr Gebäude Wind- und Wetterfest. Hier erhalten sie einen umfassenden Service für ihr Dach. Das Unternehmen in Alland im Bezirk Baden hat sich auf Dachsanierungen und Neueindeckungen spezialisiert. Von sämtlichen Spenglerarbeiten über Isolierungen bis hin zum Einbau von Dachflächenfenstern. Hohe Qualität und Termintreue sind selbstverständlich. Über den Notdienst ist die Spenglerei auch außerhalb der Geschäftszeiten erreichbar. Somit werden Sturm- und Wasserschäden so schnell wie möglich behoben. Das Team um Spenglermeister Thomas Kroppig verwendet ausschließlich hochwertige Produkte von Top-Marken wie Prefa, Reinzink und Velux. Die moderne Werkstatt und der Maschinenpark auf dem neuesten Stand der Technik garantieren Top-Leistungen für alle Kunden. Spenglerei Thomas Kroppig – Die Sanierungsprofis Weitere Infos und zahlreiche Referenzprojekte finden Sie auf www.spenglerei-kroppig.at Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020